Wir sind hier bei der Wahlkampfabschlusskundgebung in Thüringen, in Erfurt, vor dem Dom. Und hier habe ich Stefan Brandner, MdB und möchte dich nochmal fragen, warum es so wichtig ist, morgen unbedingt zur Wahl zu gehen. Ja, damit das hier mit dem rot-rot-grünen Murks in Thüringen aufhört und damit wir so ein paar Sachen umsetzen können, die uns sehr am Herzen liegen. Zum Beispiel GEZ abschaffen, Staatsfunk weg braucht kein Mensch, abreißen dieses Riesengebäude. Und ein weiterer Grund steht da hinten, so ein paar Durchgeknallte, um mal zu zeigen, dass Antifanten auch arbeiten müssen können oder können müssen. Geld zu für Krampf gegen Rechtsprogramme und Antifa in die Produktion. Ihr habt es gehört, runter vom Sofa, Kaffee auf den Tisch und raus. Wir zählen auf euch. Ganz Deutschland wartet, dass du jetzt von der Couch gehst und ins Wahllokal gehst und ein Kreuz bei der AfD machst. Aber nur die Thüringer, die andere wählt ja morgen leider nicht. Das betrifft ja vor allem die Thüringer. Richtig, absolut guter Einwand. Nur die Thüringer von der Couch, die anderen, die stehen vor einem geschlossenen Wahllokal. Damit ihr Bescheid wisst. Alles klar, vielen Dank, Stefan.